Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eis-Themen des Partners Holy. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosen-Schleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen. Bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Ja, hallo? Ist da Computer-Support? Ja, super. Du, ich habe hier so eine Meldung gehabt, ich soll hier anrufen, weil meine Dateien sind gefährdet. Lassst du dich machen? Das ist Ihr Privatcomputer? Äh, ja, ist mein Computer. Das ist ein Privatcomputer, richtig? Ja, klar, ist mein Computer. Okay. Dann bitte, Sie sehen in Ihrer Tastatur. Ich habe eine Tastatur. Sie haben was, bitte? Sie haben eine Tastatur. Tastatur. Ja, klar, ich habe eine Tastatur. Was ist das für eine Frage? Ja, in Ihrer Tastatur. Linkseite, ganz unten. Sie sehen, eine Vierecke, eine Windows-Taste. Linkseite, ganz unten. Siehst du? Ja, ja, die Windows-Taste, die kenne ich. Ja. Genau. Drücken diese Windows-Taste und Gustave R. R wie Richard. Weil zusammendrücken. Zusammendrücken, okay. Die Windows-Taste, ja, die Windows-Taste und R. Ja. Also wie Richard. Zusammen, Gleichseite drücken. Aha. Genau. Und dann, was passiert? Jetzt passiert, äh, Fenster ausführen steht hier. Genau. In dieser Ausführung, die Eingaben. W-W-W-Punkt W-W-W-Punkt S wie Siegfried Aha U wie Ulrich Ja P wie Paula Paula R wie Richard Ja E wie Emil Aha M wie Mutter M wie Mutter M wie Mama Mama, okay, gut Dann, o wie Otto Aha C wie Computer Ja Dann, o wie Otto Aha N wie North Pole Ja M wie Martha T wie Richard Aha O wie Otto Aha L wie Ludwig Und Ludwig, ja Und dann, ein Punkt Aha, ja T wie Computer Aha O wie Otto Ja M wie Martha Martha Supremo Kontroll Punkt Kom Genau Und dann klicken Okay Okay Klicken Okay Klicken Ja, hab ich gemacht Das lädt jetzt gerade Ja Supremo Remote Desktop Kontroll Einfach und schnell Hier Ganz oben Accept All Siehst du Aha Ja, ich seh das Ich hab das gemacht Klicken Accept Ja Accept All Klicken Ja, hab ich gemacht Und dann Linkseite Download Blaue Farbe Download Aha, Download oder Kaufen Steht da Soll ich Ich will jetzt aber nichts kaufen Download Download klicken Klicken im Download Ja Gut Dann lade ich das runter Ist das jetzt Virus bei meinem Computer Oder was ist passiert Das ist die Hacking Dateien Hacking Dateien Ja Wie passiert das Weil was Das ist jetzt heruntergeladen Soll ich Installation machen Öffnen Öffnen Diese heruntergeladen Öffnen Ja, diese heruntergeladen Öffnen Drei gelbe Kasten unten Wird sofort gemacht Ja Er fragt nach Passwort Ich hab kein Passwort Das hier unten Annehmen Im unten Annehmen Ja Klicken im Annehmen Annehmen Klicken Aha Hab ich Ich hab das gemacht Ja Ja Und dann Was siehst du Da ist neues Fenster Mit Was soll ich sagen Verbindung Kontakte Tools Lizenz Eine ID Nummer Eine ID Nummer Ja, ja So eine 9 Stelle Nummer Ja Sagen mir diese Nummer Was soll ich machen Ein Lied singen Sagen mir diese Nummer Sagen mir Ah, okay 4 4 9 9 1 3 0 3 6 Und dann unten Das ist hier ein Passwort Ja, das ist Zahl 7 Und dann Buchstabe Kaufmann Emil Bilbo Beppelin Und Nummer 4 Okay Jetzt warten Machen gar nicht Was soll ich kacken Warten Okay Sie nur warten Ich soll warten Ich hab genug gewartet 12 endlose Jahre In der Azkaban Aber das interessiert Euch alle ja nicht Sag mir das Passwort Noch einmal bitte Ja 7 Kaufmann Emil Bertha Zeppelin 4 Baby Bertha Bertha Genau Und dann Zeppelin Okay You speak English? Little Little Okay Little Ah Guck mal Da kommt's doch Okay Machen gar nicht Okay Achso Machen gar nicht In meine Computer Okay Na gut Ich bin helfen Ich bin Helfen Sie Das ist sehr gut Das freut mich Ganz besonders Sie haben nur diese Computer Oder Sie haben einen auf anderen Computer Das ist mein Computer Dann habe ich noch Handy Drucker Wie sagt man Beamer Und mehr Schweinchen Sie haben nur diese Computer Mein ganzes Bild ist weg Und alles Was ist das? Das ist für Arbeit Okay Das ist für Arbeit Ihren Arbeit Aha Okay So jetzt bitte Ich bin öffnen Einen Google Übersetzer Okay Einen was? Machen gar nicht Machen gar nicht Warte Gesundheit Machen gar nicht Ja Machen gar nicht Das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt Lassen Sie die Maus frei Ja Ich bin arbeiten Sie machen gar nicht Okay Aha Ja ich gucke einfach gespannt zu Aber wir haben doch schon eine Verbindung Warum lädst du jetzt noch ein Programm runter? Ja Ich bin machen diese Verbindung Okay Ja aber du hast Du bist doch schon mit Supremo verbunden Warum lädst du jetzt noch Ultraviewer runter? Ich bin verbunden mit den anderen Viele Viele Ah du wirst dich zweimal verbinden Alter Du Anlauf statt Gleitgill Ich verstehe Ich kann Arbeitungen so besser Das ist so weit Keine Sorgen Aha Multitasking Ja Sollen wir auch noch Teamviewer runterladen Und Anydesk Wenn wir schon dabei sind Ja Keine Sorgen bitte Soll ich das runterladen? Warte Nein Nein Sie machen gar nicht Nein Nein Nichts machen Du hast doch gesagt Anydesk runterladen Nein 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 Na gut Nein Aber Teamviewer oder? Sie machen gar nichts Sie machen gar nichts Na gut Ich bin hier nur und mache seltsame Kommentare Das können wir gerne so vereinbaren Sie machen gar nichts Ich mache alles Du machst alles? Okay Sie machen gar nichts Und was machst du? Was willst du Reparatur machen oder was? Nein Was? Na das kann ja spannend werden Ich kann kein Russisch Du musst Deutsch sprechen mit mir Das ist wieder kaputt Also jetzt Sir Ich werde Der übersetzt gar nicht Guck mal Dein Ausdruck ist so schlecht Der übersetzt gar nicht Ja Ich sehe Ich sehe Ich sehe Ja Verstanden? Ich habe verstanden Hi Ich bin zu sagen Alles fast kein Problem Hi Abzocker-Sama Das war jetzt Japanisch oder? Was? Japanisch Nippon Ich bin von UK London Ah Also ich dachte Microsoft ist Amerika UK UK London Ukulele? Okay Das ist Afrika oder was? Sie sind von Afrika? Nein Nein Ich bin von Kalkutta Was? Hä? Bei Hamburg Hamburg Das ist in Afrika oder was? Nein Hamburg Deutschland Oh Sie sind von Deutschland Ja Natürlich Okay Okay Yes Was ist du? Ich mache einen Computer Ich sehe hier Dass dieses Guck mal Dieses Programm Was du gemacht hast Supremo Das macht einen Fehler Da musst du das wieder ausmachen Fehler 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 Viele Fehler Fehler Ja Aber dein eigenes Programm macht doch den Fehler Da kann doch mein Computer nichts dafür Ich sage These All Are The Hacking Okay Aber dein eigenes Programm wird da angezeigt Genau Warte 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 Verstehst du Verstehst du Ja Aber du hast es runtergeladen You download You download Ja 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 Aber das ist nichts von der Microsoft Ja Aber warum lädst du Sachen runter Die Fehler auf meinem Computer machen Du sollst es doch reparieren Die Hacker haben das runtergeladen Genau Aber du hast es runtergeladen Ich habe das gesehen Nein 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 Viele Viele Ja Ja Aber das ist doch Guck mal hier Das ist doch hier von Von Januar Und was weiß ich Wie lange geht das denn zurück Kurz von 2018 Sind die Hacker seit Seit sieben Jahren Jetzt auf meinem Computer Oder was Ja 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 Dann mach die weg So Yes Ich win Das ist online Hacking Okay Gibt es auch offline Hacking Okay Ja Lösch mal Ist okay Ich habe Zeit Sie machen E-Mail On die Computer Sie machen E-Mail Ja E-Mail Ebay Amazon League of Legends Diablo Minecraft Stronghold Sie machen Facebook Nein Nein Aber das brauchst du doch Wirklich nicht übersetzt Guck mal Das wird gar nicht übersetzt Ich mache auch Oh jetzt ist es weggegangen Ich mache Am liebsten mache ich Offline Shopping Supermarket Offline Shopping Ja Doch doch hier Online Shopping Ebay Amazon Verstehst du Okay 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 Die machen Online Banking Aha Online Banging Alter Warte Wenn du musst du so schreiben Online Banging Webcam Webcam Sehr gut Sehr gut Mit Mit Weißt du Meine Freundin ist das Meine Freundin ist aus Aus anderen Ländern Da musst du Online Banging machen Halt Machen Online Banking Aha Sie machen Ja klar Mit dieser Computer Handy Computer Smartphone Drucker Auch Mit Alle Online Banking Ja klar Immer Online Banking Machen Sie machen Paypal Äh Es gibt Webseite Die heißt Die Webseite Was ich immer benutze Die heißt Die heißt So Aber Paypal Benutze ich auch Was ist Das Ist äh Dating Seite Verstehst du Dating Dating Ja Sie nicht Machen Paypal Doch doch Auch Paypal Paypal Mach ich auch Aber Machen Paypal Aber Gaypal Ist mir auch wichtig Weißt du Sonst finde ich keine Weißt du Parkplatz Bums Club Ist pleite gegangen Während Corona Und jetzt mach ich das Alles im Internet Aha Ein Moment Ein Moment Ein Moment Ja mach mal Ich habe eine Webcam Richtig Äh Ja die ist irgendwo In der Schublade Mhm Habe Die Webcam Ich habe eine Webcam Ja Aber die ist nicht Angeschlossen Jetzt Anmachen Die Webcam Anmachen Ich habe die Rausgenommen Als da kam Virus Virus Da habe ich gedacht Nein Nicht dass die Mein Bild Stehlen Okay Anmachen Nein Nein Du hast gesagt Es sind Hacker Du hast gesagt Es sind Hacker Auf meine Computer Ich mache jetzt nicht an Du musst erst die Hacker Weg machen Ja ich bin löschen Ja ich bin löschen Richtig Aha Machen Online Banking Machen Paypal Machen Online Online Shopping Da genau Genau Das ist alles da Okay So These All Are Not Safe Okay Das ist nichts gut Also werde ich es Entfernen Hackers Aha Also du willst Die fitten Hacker Willst du entfernen Und die fetten Aber sehr fitten Hacker Die bleiben da Ja Okay Wie entfernt man Den einen Hacker Aus einer E-Mail Ah das ist aber gefährlich Jetzt oder Wenn die Hacker da sind Ja Jetzt sie sind verbunden Mit die Microsoft Okay keine Sorgen Jetzt sie öffnen Ihre E-Mails Und dann geben Die Sicherheit In ihre E-Mails Okay Warum Mach doch Mach die Hacker weg Brauche ich Antivirus Oder Firewall Oder was braucht Keiner 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 Sie öffnen Bitte ihre E-Mail Sondern ich kann Die Sicherheit Geben ihre E-Mail Oh das habe ich jetzt Gerade alles gelöscht Als kam hier Virusmeldung Ich habe alle gelöscht Von Computer Ist jetzt nur Bei Smartphone offen Sie öffnen bitte Sie öffnen bitte Okay Oh okay Sie öffnen bitte Okay Ich bin so Ich bin so Ich bin so Ich bin so Das ist Ihre E-Mail? Ja, und was willst du jetzt machen? Aber Sie haben keine E-Mail. Nein, ich lösche das ja immer. Ich bin ja sehr umweltfreundlich, weißt du? Das ist ja alles CO2-Ausstoß. So, we will, we will start this, start this, okay? Was heißt das? Okay, mit den Diensten beginnen. E-Mail, okay? Aha. So now, you just have to open, okay? Your E-Mail, okay? Okay, da, hier. Ja, genau. So, jetzt, ich will zu sagen, die Lotion, die Hacker, von hier, Paypal, okay? Von der Paypal, okay? Ja, aber jetzt löscht doch erst mal die Hacker bei meiner E-Mail drin, die sind ja noch da. Das ist Arbeitungen, das ist Arbeitungen. So, now, we are... Ach, da sind die dreist. Ja, genau. Ja? Ja. Klappt das im Normalfall bei den Leuten? Ein Moment. No, 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 no. What, no? You're not going to siskey me, Benchot. What is the load? You're Benchot. Dage ich noch mal. Benchot, Terry Marki, Chut, Motherchot, Bencalore. How's the weather in India, stupid scammer? How's the weather in India? Nachman sagen bitte, Nachman. Benchot, Terry Marki, Chut, Bencalore, Chut, yeah? Try to, try to fuck my computer. How much money do you make every day? Tell me. 5,000 euros. 5,000 euros and you can't do normal job or what? No. Why not? You're disgraced to your country, man. Yes. That is why I'm from the UK. You're not from the UK, you're from Moida. This is a Mistbox. Ja, loggen Sie sich mal in Ihre E-Mail ein. Boom, alle Hacker verschwunden. Loggen Sie sich mal in Ihr PayPal ein. Ja, klar. Obwohl jemand dann gemerkt hat, dass ich nicht darauf eingebaut, den mit den Syskey reindrücken. Das heißt, die verschlütteln deinen Rechner. Und das ist der Trick, den die da machen. Entweder fallen die Leute drauf rein, und dann ist die Kohle von Online-Banking, PayPal, Amazon-Bestellungen, Gutscheine geklaut, YouTube-Konto gesperrt oder was auch immer. Oder sie machen hier einen auf Syskey, sperren dir den Computer, wo du vielleicht private Infos drauf hast und verlangen dann Geld dafür, dass sie dich wieder drauf lassen. Das ist die Masche der Inder-Betrüger, Freunde. Lasst euch nicht verarschen. Dann, dann